Und, äh, oh, da, komm, die haben einen Banner in der Hand. Ja, ja, das sag ich. Oh mein Gott, ich wurde, ich wurde angezündet. Was? Vielleicht die IS oder sowas. Yo, yo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Leben, beziehungsweise in der siebten Folge und neben uns sitzt der Mr. B-Doggy. Genau, hier ist B-Doggy anwesend. Mit den breiten Beinen auseinander. Uh, ja, du kannst dich doch mal zu mir stellen. Ja, ja, komm, ich bin schon hier. Doch nicht. Gut, ähm, wollen wir mal deine Sachen abholen? Genau, wir haben nämlich in der Folge was geplant, wir wollen unsere Sachen abholen, denn, ähm, in der letzten Folge haben mir ganz, ganz viele Leute geschrieben, wie ich das Pferd wieder umdrehen kann. Und zwar habe ich es einfach wieder umbenannt. Das war sehr nett. Und, ähm, ich wurde heute leider von der Mordodistischen Miliz umgebracht und einfach nur, ähm, weil ich Herr Bergmann beschützen wollte. Aber gut, das ist wohl der Dank von dieser Polizei auf diesem Server. Genau. Und, ähm, hast du auch ein Pferd? Ne, ich hab kein Pferd, ich komm, wir fahren mit dir. Okay, dann los geht's. Los geht's. Ich bin Gumsi und Mikas auf Amadeus. Nein, nein. Ähm. Okay. So, wo ist denn die Kiste, wo war denn der Todesort? Ja, die ist, das ist ein bisschen weiter weg. Ich weiß nicht, ob du den ganzen Weg mitlaufen möchtest. Hm, wie weit ist das so? Ähm, hinter Wolkenkriegers Haus, dann noch zu so einer kleinen Insel. Also, weißt du, wo die, ähm, Miliz ihren Standpunkt hat? Nö, nicht ganz. Ja, um, hier hinten, siehst du das Haus? Nö, das ist das Ganze hier. Dieses steinere Haus. Ja. Und genau, da müssen wir jetzt über eine Brücke und dann noch auf so einen kleinen Berg hoch und da wurde ich leider getötet. Okay. Finde ich echt schade. Ja, du wolltest, Bergmann war im Gericht, oder? Also, ich erklär euch jetzt mal ganz kurz, was passiert ist. Und zwar hat, ähm, Herr Bergmann, äh, ja, diese Prüfung vom Spielemeister gemacht und er wurde dadurch dann verdächtigt, ähm, der Spielemeister zu sein. Ich muss sagen, ich finde diesen Vorwurf echt lächerlich, weil, wie so sollte jemand sich selbst Prüfungen stellen, obwohl ich auch selbst sagen kann, Herr Bergmann kann es gar nicht gewesen sein. Aber gut, das ist halt die Meinung der Miliz. Aber ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich da Herr Bergmann irgendwie herausholen kann. Das ist nämlich, das ist echt nicht das Wahre. Hier, einfach über den Berg und dann kommt da so ein kleiner Weg zu so einem anderen Berg. Da hinten soll ich auf jeden Fall Licht mit einer Wurken. Ja, genau. Ja, geht zu dem Licht. Da soll ich hingehen? Ja. Okay, sehr gut. Ich war eben auch wieder ein bisschen farmen, Leute, und ich habe richtig geil Dias gefunden. Also innerhalb von 15 Minuten, äh, 19 Stück, äh, halt mit der Glücksspitzsack, richtig geil, ähm, Dias gegönnt. Ich habe damit eben schon ein bisschen repariert. Ich habe jetzt noch 18 Stück, äh, und zwar meine Hose, weil ich habe auch noch mal ein paar neue Sachen gecraftet, weil ich wirklich viele Dias auch gestern gefunden hatte. Und, okay, hier bist du, äh, hier bist du also gestorben. Na, wunderschön. Ja, genau. Hier irgendwo. Kannst du aber nicht öffnen, oder? Hier, Moment. Da war dieser Ort. Und hier muss ich irgendwo, hier ist wohl irgendwo eine Kiste. Ja, komm, hier ist doch eine Kiste. Beschlagnahmte Kiste. Ja, aber hier bin ich ja nicht gestorben. Hier drin, hier unten muss es gewesen sein. Was ist denn? Na, das sehe ich hier noch ganz kurz. Weil ich wollte euch auch noch unbedingt was zeigen, was ich heute von einem Skelett bekommen habe. Das ist richtig krass. Und zwar, guckt euch das mal an hier. Das ist ein Bogen mit Haltbarkeit 3, Flamme 1, Schlag 1 und Stärke 3. Ich habe da selber noch die Stärke drauf gemacht. Und den Rest habe ich so original von einem, von einfach von einem Skelett mit einem Enchanted-Bogen gekriegt. Und der war fast ganz. Also, richtig krass, ähm, was ich da bekommen habe. Und jetzt habe ich auch endlich mal einen guten Bogen, den ich mir eh machen wollte. Und ich habe auch ein paar Bücher und so weiter. Ich habe auch ein neues Schwert mitgebracht, weil mein Alts kaputt ging. Das hat jetzt hier schön Schärfe 4 und Haltbarkeit 3. Ähm, wo ich noch Verbrennung und so weiter drauf machen. Und, äh, meine Rüstung habe ich jetzt auch noch ein bisschen geupgradet mit Haltbarkeit und Schutz. Und, ähm, ja, mein Deerhunt. Mensch, genau, also auch auf Schutz 3, Haltbarkeit 2. Den habe ich mir vorhin erst gecraftet. Und, ja, läuft auf jeden Fall mit den Deerhunt, ähm, mit Schutz, ähm, Quatsch, mit Glück. Ist echt geil. Äh, du hast die Kiste immer noch nicht gefunden. Nee, ich glaube, aber es kann echt sein, dass es diese Kiste ist. Aber die ist gesichert. Das heißt, ich muss, ähm, kannst du immer eben mich beschützen, weil ich habe keine Ausrüstung. Na klar. Ja, oh, Saft. Komm mal, die Kiste, die Kiste ist gesichert. So, jetzt auch geschlachtet. So, Kiste ist gesichert. Och, Mann, meine Sachen, die, das kann es doch nicht sein. Ja, die musst du wiederhaben. Sonst wäre natürlich blöd. Ich brauche die Sachen einfach. So. Ich gehe jetzt schon mal wieder nach Hause, damit ich noch ein bisschen an meinem Haus bauen kann. Äh, oder ein bisschen, ein bisschen zeigen kann, was ich noch gemacht habe. Was echt nicht viel ist. Ich habe mir nämlich vorhin auch einen Braustand gebaut. Äh, kann mir da jetzt endlich ein paar Tränke machen. Äh, ich habe auch eine Nether-Festung gefunden. Die war bei ihr schon ausgeleert, von der hat es nicht so gebracht. Ähm, war auch immer am Nether, um mir die ganzen, äh, Level zu farben, weil ich halt wirklich viel mit Büchern gemacht habe und so weiter und zusammen enchantet habe. Und, ja, 30 Level GG ist Nilo gestorben. Äh, äh. Äh, ja, er ist wohl ein bisschen gerüstet worden. Ja, so ist das nun mal. Der Nilo, der Nilo, der fliegt immer auf die Fresse. Ja, typisch. Wer sich gegen Ameno anlegt, der hat es auch nicht anders verdient und gegen die Fresse. Aber ich habe so langsam das Gefühl, dass die ganze Fresse untergeht, obwohl ich das überhaupt nicht eigentlich in den Mund nehmen möchte. Aber diese Tweets und... Leute, es ist einfach derzeit echt kritisch und ich weiß jetzt aber noch immer nicht, ob das hier meine Kiste ist. Kann ich die irgendwie abbauen? Ne, leider nicht. Ich habe mir jetzt übrigens auch auf Wunsch eines Kommentars mal ein anderes Texturepack und zwar das 32er reingemacht, weil das 16er war anscheinend für ein paar, z.B. den einen ein bisschen zu, zu, zu verpixelt. Er hat irgendwie nichts erkannt und deswegen herzlich willkommen. Kann ich mal mit einem 32er spielen, auch wenn ich es selber nicht so schön finde. Aber egal. Ist ja beide Specs und Hauptsache die Items und so, sehen so cool aus. Und ja, genau. So. Dann hier. Ein, 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 äh, ein Wasserschiff. Ne, wie heißt das? Ein Hausboot, so heißt es. Äh, genau. Kommt der zu dir, oder? Ähm, ne, ich werde jetzt in die Stadt reiten und mich eindeutig mal beschweren, weil es kann nicht sein, dass die hier meine Gegenstände... Oh, Moment, hier. Ja, aber immerhin sind sie gesichert. Alter, guckt euch mal diesen Aufstand an, Leute. Die kommen aber hier vor Revis Haus und machen so einen Aufstand. Was denn bei denen los? Okay. Ich glaube, Bankstor, Möchchen, Revi, Quotenkadel, Pixelwolf. Okay. Ich, ich, es, es kann sein, dass hier vielleicht, äh, irgendwie ne, nen Protest oder so gibt. Ja, ja. Okay, die gucken mich auf jeden Fall ziemlich blöd an. Okay, ich werde auch gleich mal vorbeikommen. Schließlich bin ich bei der Presse. Immerhin muss ich meinen Job noch weitermachen. Auch wenn jetzt Herr Bergmann, ähm, hinter Gittern ist. Meine Mauskau ist total, sie leckt total. Äh, mal ganz kurz gucken, so. Oh, ich hoffe mal, jetzt funktioniert es besser. Was, was folgen die mir? Ey, ey. Folgen mir. Oh, oh. Hau lieber ab. Oder er gibt die Fahrt rechts dran. Was war's denn bei denen los? Hau mal lieber ab. Da ist ne, da ist ne Hexe, wenn die mich jetzt erwischen würde. Ich würde ausrasten. So. Okay. Hey. Also, ich muss sagen, ich find das echt, also derzeit ist echt so viel los auf diesem Server. Es sind auch wieder ganz neue Leute dazu gekommen, wie zum Beispiel Lyron, äh, wer ist denn noch alles neu? Freaks LP, Sergeant Max. Es sind alles neue Mitspieler, Kedos. Ich find's echt cool, dass sich der Server immer mehr füllt, aber umso unübersichtlicher wieder einfach. Man kann sich einfach nicht mehr auf alles konzentrieren und das ist halt schon ein bisschen schwierig. Natürlich, äh, hier seht ihr schon meinen, meinen Brauchstand. Sehr professionell, ich muss mir auch nochmal einen neuen Amboss craften. Äh, und muss unbedingt mal meinen Hausofen noch kurz weiter bauen. Und zwar mit diesen schönen Teilen. So. Bist du schon wieder in der Stadt, oder? Ich bin wieder in der Stadt und, äh, oh, da, komm, die haben einen Banner in der Hand. Ja, ja, sag ich, ja. Die, oh, oh mein Gott, ich wurde, ich wurde angezündet. Was? Vielleicht die IS oder sowas. Okay, danke, ich hab zugemacht. Hallo. Was wollen die von mir? Die haben so komische rote Banner in der Hand. Ja, ja, genau, sag ich dir. Leute, ich kann das jetzt nicht für die Futurecam aufzeichnen, die hat die Miliz gestohlen. Na, scheiße. Da ist natürlich zufrieden. Was machen? Was machen die da? Okay, Leute, ich trau mich jetzt nicht aus dem Haus, ich geh da jetzt auch nicht raus. Ich guck mal, was ich jetzt nicht ausfüllen. Ja, die machen da irgendwelche komischen Sachen. Du stehst auf der Liste. Vendetta. Zahl oder stirb. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Was? Was? Wieso soll ich zahlen? Oh mein Gott! Guck dir das an, wie viele Banner die hier platziert haben. Leute, das ist hier nicht Dias her. Haben die Banner bei dir richtig platziert, oder wie? Ja, ich habe keine Dias. Komm mal, mir wurde alles entnommen. Wollen die Dias von dir? Die Miliz hat alles gestohlen. Oh. Sie schlagen mich. Die wollen Dias von dir her. Die möchten Diamanten? Das ist natürlich ziemlich blöd. Das ist blöd. Und ich werde mal ganz kurz hier noch mein... Sie dringen in mein Haus ein. Sie haben die Dias gestohlen! Die Kiste war nicht gesichert! Ernsthaft? Uiuiuiuiuiui. Oh, steht. Ich habe jetzt mal ganz kurz sein Haus noch anders gebaut. Ich fand es nicht so schön. Was? Die haben die jetzt einfach... Die haben die Dias geklaut. Diese Dias gehören nicht mir. Wem gehören die denn? Pixel Wolf hat die Dias entnommen. Diese waren einer ein Geschenk meiner Oma, diese gestern Nacht verstorben ist. Dann soll ich ihn immer schnell wieder hätten geben. Also, gebt mir jetzt die Dias. Ja, das ist ja unverschämt. Einmal aus der Kiste nehmen. So, ganz kurz mein Haus hier nachbauen. Ups, ich kack die ganze Zeit. Ich bin so behindert. Okay, ich werde ihn töten müssen. Ja, dann mach das. Okay, Moment. Holzspitzhacke. Willst du zahlen? Warum? Sind die gegen die Presse oder wie? Er leckt rum. Oder ich lecke. Willst du zahlen? Der ganze Server leckt. Ich bin bereit. Komm mal, jedoch... Die haben ein... Was hat die gemacht? Hier brennt's. Hier brennt's irgendwo. Oh shit, ja, dann mach das. Ich glaub mein... Ich glaub mein... Kann sich doch nicht ausbreiten. Kann sich nicht? Nee. Ist das ausgestellt? Ja. Oh gut. Das wär jetzt echt mies. Wie so ein kleines Kind gerade. Das ist eng. Aber, komm mal, nicht... 24 Stück. Ja, das ist echt fies. So. Boomstoy. Ja, so ist halt Rebi, ne? Der Fiesling. Klaut dir einfach so. Jetzt ist mein Dach, glaub ich, fertig. Weiß nicht. So ist doch ganz cool, oder? Ich werde sie... Ich werde sie... Ich bin ein richtiger Mafia, Alter. Ich werde sie anzeigen. Das ist ja wie bei der Mafia. Drei... Drei Stück. Drei Stück. Uiuiuiui. Rest benötige ich. Die sind ja mies. Sollen sie sich selber die ja zahlen? Sie bekommen dann auch einen guten Artikel in der Zeitung. Na, damit herberg man einen stellen wird. So, okay. Okay, ich hab's jetzt in eine gesicherte Kiste gepackt. Ich mach mal dein Hausbrennungszeug weg. Pixelwolf brennt. Sehr schön. Ich hab bezahlt. So. Die anderen können nun gehen. Tschüss. Alter, was die hier machen. Die kommen hier mit 100 Bannern an. Was bekommst du? Die werden zu dir auch noch kommen. Nimm dich in acht. Die Mieslinge, Alter. Wollen die, Alter. Ich hab hier auch irgendwas ab. Okay, die Kiste da oben muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal protecten. Ich hab das wohl total verschwitzt. Die behindert. Die verfolgen mich mit Pfeil und Bogen. Ich hab nix gemacht. Ey. Soll ich mich mal in Ruhe lassen? Okay. Ich wollte eigentlich noch so viel in dieser Folge zeigen, aber es sind einfach schon fast 17 Minuten um. Junge, lass mich, Alter. Gerade hat sich auch ein Komets bei mir gemeldet. Ohne Witz, Alter. Hör, sie sollen aufhören, halt. Okay, Leute, ich zeig euch jetzt noch ganz kurz, was ich euch heute schon die ganze Folge lang zeigen wollte. Und zwar das hier. Ja, dann zeig mal her. Ich komm mal kurz, guck mal, mach mal bitte die Tür zu bei dir. Junge. Ja, komm. Geh schnell rein, geh schnell rein. Okay, so. Er darf nicht eindringen. Alter, was ist das denn? Und zwar ist hier von meinem Haus die Hölle los. Ich hab auch heute Mittag schon entdeckt, dass hier oben auf meinem Haus ein roter Banner steht mit einem weißen Gebilde. Hoffentlich ziehen die mir nichts ab. Das ist echt sehr, sehr mysteriös. Hast du gerade Essen da, ganz kurz für mich? Ja, Moment, ich komm rein. Was machen die denn hier? Hab's reingeschafft hier. Bitteschön. Uiuiui, dankeschön. Aufmachen. Nee, nicht aufmachen. Nein, komm mal. Ich habe bezahlt. Eindringen dürft ihr nicht. Junge, Junge, Junge. Die sind richtig fies. Und meine Dier... Also meine Dier sind schon mal safe. Ich hab die nämlich in der Kiste eingesperrt und die können sie ja nicht abholen. Ja, meine auch. Na gut, Leute. Ich würde sagen, bei mir ist die Folge hier vorbei. Ich möchte nämlich hier... Ich kann hier schlecht was machen. Ähm, ja, wir sehen uns sicherlich morgen wieder. Guckt auf jeden Fall auch bei Boomstalkie vorbei. Ähm, Alter, Minus tut so jetzt kommen. Was wollen die? Ich habe nichts getan. So, ähm, ja, auf jeden Fall. Ja, das war bei mir auch der glorreiche Schluss dieser Folge. Ich würde auch mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch auf jeden Fall bei Minus, tut dabei. Der macht auch Minecraft Leben, Let's Plays. Ja, bei ihm ist es halt so ein bisschen rollenspielmäßiger noch. Und, ähm, er ist ja bei From the Future. Und, ja, genau. Ähm, ja, dann war's das. Ich hoffe, ich habe euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Leute, die sind in mein Haus eingedrungen. Was wollen die From the Future? Oh, Mann, die gehen hoch, die suchen dich. Ich bin geliebt. Er ist geliebt. Er ist geliebt. Er wohnt hier nicht. Frag die, was die von mir wollen. Ich bin geliebt.